Ja, muss ich hier immer was sagen oder könnt ihr auch mal was sagen? Nein. Nö. Du hast ihn. Nö. Ich hab gerade Besuch. Ich sag was. Streik. Okay, wir fahren am Ende. Wir kommen jetzt gleich. Der Topsoh kommt gleich. Boah. Wir fahren am Ende. Herrenabend im Zelt. Nur Kerle. Mal sehen, was das ist. Ringwürgen. Die Reste, die Reste, die Reste, die Gruppe im Ziel. Und die Rackanelle, alle Kameraden spiel. Ist wieder, wieder, wieder einmal schützelt fest. In jedem Wort, in jedem Zelt, in jedem Mess. Alle, alle, alle an die Tickel ran. Wir machen durch das Wort in fünf Tagen lang. König, 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 bring uns doch ein Bier. Dann singen wir doch lauter und mal alle hier. Eins, zwei, zwei, ein, vier. Hoppio, hoppio, hoppio. Hier waren wir jetzt beim Burger King. Und ich habe den Leuten ja gesagt, macht nicht so eine große Karte. Macht es lieber etwas kleiner. Ja, aber wir wollten ja alle wieder nur Burger essen. Burger, 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 Burger. Aber nein, Leute, ich habe ja gesagt, morgen komme ich wieder. Und dann wollen wir mal sehen, ob die Küche sauber ist. Mendenbar auf jeden Fall eine tolle Sache. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie der Abend weitergeht. Wir fahren zurück nach Hasewinkel. Tschüss.